So, also wieder verfallen die beiden Männer in ein schweres Schweigen. Es scheint alles gesagt, wenn vielleicht auch noch nicht alles verstanden. So denkt unser Neuner wieder und wieder über die Konsequenzen des Göttinger. Und Amon Sachs, die Lachen, wieder ein Mehrheit. Ja, also, ich bin Helmut Kraus, ich spiele hier den Nathaniel Mickler, der auch gleichzeitig der Erzähler ist. Ja, naja, und wie immer mit genauen Sekundenangaben sehr wichtig und genauen Ortsangaben auch sehr wichtig.